Hallo Leute und herzlich willkommen zu Firmus Simulator, AK Flixbus Simulator, AK einfach Chaos mit Rett. Ja, Rett ist auch dabei. Ich habe meine Kameraaufnahme noch gestartet, die hat noch nicht funktioniert, aber passt schon. Perfekt. Ihr seht, super vorbereitet wie immer, wie man uns einfach kennt. Wir haben jetzt eine lange Route. Wir fahren in der Nacht, wie ihr seht. Wetter ist dynamisch und wir drücken auch Spielstart. Wir fahren von Stuttgart nach Frankfurt. Und von Frankfurt nach Wiesbaden. Und das um 23 Uhr. Ja! Drei, zwei, eins, go! Gut, äh, Leute, ich habe irgendwie... Alter, what the fuck, bei mir sieht man... Klimaanlage... Ja, ich habe auch verabschiedet. Bremst du da zurück? Oh mein Gott, Leute, ich häufe... Heute läuft das ein bisschen besser, denn das Leinste macht mir ein kleines Problemchen. Als wir da die eine Person so ein bisschen als Sprungschanzen benutzt haben, um wieder zurück zu den Hoots zu kommen. Also ich fahre gerade aus... Also mein Tor geht gerade auf und ich fahre genau jetzt raus. Perfekt, schön. Ich bin jetzt gerade bei der Kreuzung am Abbiegen. Auto! Was? Schon? Alter, ja, ich war ein bisschen früher als du. Das Gute ist, wir haben jetzt nicht so viel Verkehr. Es könnte das einigermaßen... Alter, die Polizei ist da. Ja, Leute, lass mich bitte in Ruhe. Ich muss noch die Challenge fahren. Dann könnt ihr mich einklacken. Gott, Alter, ich war nie... Oh Gott, ein Marktenauto. Ich bin so krank gefahren. Ich fahre gerade mit 60 km auf unsere Leute. Nein, mein Bus rollt noch! Nein, 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 nein! So, grün! Habe ich meinen, mit einem Bordstein. Einfach, äh, die Dinge sind. Die Dinge, also die kann ich fahren. Bitte seien Sie keine Enttäuschung. Danke, oh mein Gott. Frankfurt, kontrollieren. Oh Gott, das Auto reißen wieder aus. Egal. Wieso willst du denn auch ein Ticket kaufen? Ah, wir müssen da bei dir Leute ein Ticket kaufen. Ich musste zwei kaufen. Ah, ich hatte kein einziges, Alter. Oh mein Gott. Habe ich gerade? Aber es geht ja auch darum, wer dann schneller da ist. Nach der Zeit vom Spielen. Vielleicht liege ich ja wieder mal über eine Leitplanke. Dann ist der Fall klar. Ich habe mich gerade einfach durch die Tür von meinem Bus teleportiert. Gut, Alter. Hinsetzen, ne 10. Tut mir leid, tut mir leid. Entschuldigung. Dann mache ich den Fernlicht an, Alter. Oh, da ist eine Kurve. Ah, wieso biegst du ab? Verpiss dich. Oh, da war ein Zaun. Das Fernlicht ist so beschissen, Alter. Ja, das Fernlicht bringt ja gar nichts. Oh, nee. Oh, scheiße, ich habe was ausgemacht. Oh, das ist die Rupe. Nice. Oh, das ist das. Scheiße. Ich habe gar kein Licht mehr. L, L. Ah, oh mein Gott. Ja, okay. Ich blinke die ganze Zeit. Wie kann ich den scheiß Blinker rausnehmen, bitte? Y und X. Y links, X rechts. Nee, bei mir geht das nicht. Oh, jetzt habe ich wieder alles ausgemacht. Oh, scheiße. Ich habe die Enten kurzzeitig ausgemacht, Alter. Oh, Gott. Scheiße, ich habe gerade gar kein Gas mehr. Ich muss anhalten. Motor starten. Zündung starten. Motor starten. So. Heiße, ich musste kurz auf der Autobahn anhalten. Aber es ist kein Problem. Wo bist du? Wo bist du? Keine Ahnung. Mir kommt gleich eine Baustelle oder so. Da sind Schilder oben. Wie weit musst du noch fahren? 215 Kilometer bis Frankfurt. Ja, ich bin bei 209. Ich hatte nie viel Vorsprung, aber jetzt musste ich halt kurz anhalten. Hey, ich würde gerne ins Internet. Geht das? Nee, geht leider nicht. Oh, man muss hier runter. Vielleicht etwas runterbremsen, damit ich nicht wieder rausfliege. Um mir leid, Red, falls ich dich gleich ramme. Nö, nö, ich bin schon ein bisschen weiter weg. Was war das? Du hast doch kein schweizer Kennzeichen. Ja, stimmt. So schade, dass es das nicht gibt. Finde ich auch ein bisschen eigentlich Diskriminierung. Du kannst ein Kennzeichen selber machen. Echt? Ja. Oh mein Gott, die Kurve hat eine andere Wendung genommen. Wortmöglich. Oh, scheiße. Nein. Oh, das war unnötig. Man sieht echt wenig voraus mit dem Fernlicht. Oh mein Gott. Nein. Ja, komm. Was passiert? Rede. Oh mein Gott. Alter, wieso steht bei mir 0 Kilometer? Alter, die fahren. Ah, jetzt steht wieder was. Alter. Oh, ich kann abkürzen. Oh, scheiße. Leicht ein Holbein, doch nicht. Alter, ich sehe nicht, wo die Straße ist. Ich fahre einfach. Oh mein Gott. Das ist gut gekommen. Alter, wie viel Glück. Wie weit muss man noch fahren? Achtung. Oh Gott, ich muss kurz konzentrieren. Äh, 18. 20 habe ich. Scheiße. Oh nein. Flashbacks. Oh Gott. Ei, ei, ei. Nein. Nicht, ey. Alter. Junge. Rantum ist komplett um. Oh Gott, alles gut gegangen diesmal. Oh nein. Ja, das war ein Blitzer. Noch nie gesehen, ne? Hey, ich bin hier. Oh, ich bin da durchgekommen. Oh mein Gott. Alter, wie lucky war das denn? Junge. War so gut, Junge. Ich bin da. Oh mein Gott. Was? Nein, ich bin irgendwo hängen geblieben. Anhalten. Aussteigen. Ich, wieso? Ah. Komm, Alter, gib mir dein scheiß Ticket. Genau. Ja, ja, ja. Tschau. Digga, du wolltest, ich kann den einen Typen nicht anquatschen, doch jetzt. Oh mein Gott, das hat gerade sehr gut geklappt, Leute. Oh. Oh, Polizei. Ich bin schon durch, ich fahr schon wieder. Aber ich hab bei jedem zweiten nochmal angefragt, der eigentlich aussteigen wollte. Ob der mit mir fahren will. Aber der wollte ja nicht. Digga, ich hab voll das Problem, ich kann nicht immer in meinen Bus laufen. Weil, weil immer, ich muss ja immer mein Gaspedal noch mit drücken. Das funktioniert mal alles nicht. Oh, da sind ja alle... Aber wenn ich zu Fuß... Ich muss zu Fuß immer mein Gaspedal drücken, um vorwärts zu laufen. Was? Was? Oh, ist das ein Kreiswerk, ja? Es... Mein ganzer Vorsprung ist für den Arsch. Was ist passiert? Ich bin da... Ich hab so ein scheiß Bushaus gerammt, Alter. Und jetzt steht noch ein LKW vor mir. Ich bin sehr gerne auf die Seite. Wie viele Kilometer musst du noch fahren? 79. Aber wieso kriege ich mein Telefon jetzt? Wieso ruft mir jetzt mein... Oh, ich sehe das Bushaus. Boah, Alter, ist die eng. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war irgendwie, keine Ahnung, Straß, Baum, alles gleichzeitig. Ah, okay, natürlich, jetzt hast du ein bisschen... Oh mein Gott, ich hab's fast gekippt. Oh. Wobei ich noch ein bisschen scheiße. Nein. Was denn? Ich bin in die Leitplanke gefahren. Ich hasse Leitplanken. Wieso sind die da? Oh ja, aber ich stehe, ich stehe, ich stehe. Scheiße. Oh mein Gott, da ist nirgendwo ein Auto. Einfach durchballern. Was ist das denn hier? Einfach durchballern. Nur noch vier Kilometer, mein Kick. Vier Kilometer. Ich bin jetzt gleich in der letzten, also in der Kurve, in der U-Kurve hinten. Oh, scheiße, die ist ja hier. Nein. Oh mein Gott, ich bin gerade wie ein junger Gott um diese kurken Kurve zu fahren. Nein, jetzt hab ich wieder ein paar Tierprobleme. Scheiße, ich hab alles andere gerammt, nur nicht die Bushaltestelle. Ja, ich hab zwei Kilometer. Ich bin in die Auswand gefahren. Ich muss zurück. Überpünktlich, da ist ja kaum zu glauben. Wie weit, wie spät ist es bei dir? Wie spät? 0 Uhr. Genau, ah ne, 1 Uhr 29. Boah, bei mir ist noch 23. Ich kann es doch schaffen. Hä, wie du, aber das macht ja gar keinen Sinn. Dann sind wir nicht gleichzeitig losgefahren. Nein, sind wir nicht. Alter, mein Bus ist so halb. Wo sind denn die ganzen Lobby jetzt? Ach so, die können erst jetzt raus. Machen wir mal alles auf. Ist hier nicht eine Tür? Ach so, ich muss mir noch ausloggen. Wie viele Kilometer bist du denn gefahren? 400, äh, 341. Ha, ich bin mal 341 gefahren. Fahrgäste transportiert 20 von 20. Äh, ich 15 von 15. Guck mal, ich hatte fünf Leute mehr, die ich einchecken musste. Verkehrsregeln. Oh, oh. Lenkzeit eingehalten, 0%. Ja, bei mir auch. Hä? Wieso denn 0%? Ja, weil wir Pausearbeiten machen müssen, Nacht. Ach so. Sachschäden. 20? Ich auch. Hab ich etwas gebessert. Letztes Mal hatte ich es, glaube ich, es ist 22. Unfälle. 2? 3. Fahrverhalten, mein King. Oh Gott, ey. Oh Gott, ist das rot. Aber wie sind alle Sachen rot außer 2? Ja, Lenkverhalten und Bremsverhalten bestimmt, ne? Genau. Bei mir auch. Auf der Straße gefahren. 89,3%. 77,1%. Heute bin ich viel auf der Straße gefahren, Alter. Geschwindigkeitslimits eingehalten. Äh, 79%. Hast du eher weniger? Ja, bei mir auch. Ähm, Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Fünfmal. Elfmal. Alter, du bist so gefährlich, ey. Crazy. Alles gut, Leute. Ich jetzt sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß anzusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut mal mein King vorbei. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, Leute, haut da rein. Ciao, ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.